Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Um halb zwölf. Viel schwimmen, viel YouTube-Videos machen und Sport machen. Meinen Bauch. Nein, ich gebe alles ziemlich preis, was ich kann oder nicht kann. Nein, da habe ich Geburtstag. Okay, aber mein Po ist eigentlich mein Lieblingskörperteil. Lieblingskörperteil, Lieblingskörperteil. Ich konnte meinen Po vergessen. Shame on me. My booty. Eis oder Schokolade? Schokolade. Instagram oder YouTube? Instagram. Nein, YouTube. Foto oder Video? Foto. Skiurlaub oder Strandurlaub? Strand. Dschungel oder Bergsee? Dschungel. Stress. Gummibärne oder Chips? Chips. Samstag oder Sonntag? Sonntag. Laut oder leise? Laut! Schnell oder langsam? Schnell. Früchte oder Obst? Früchte oder Obst? Seine selber. Obst oder Gemüse? Obst. Ja oder nein? Ja. Du oder ich? Ich. Schwarz oder weiß? Äh, weiß. Spontan oder durchdacht? Durchdacht. Witzig oder klug? Witzig. Schön oder schlau? Schlau. Reich oder schön? Schön. Europa oder Amerika? Amerika. Australien oder Südamerika? Australien. Früchte oder Obst? Nachsicht. Ich bin mir sicher, dass es nicht alle schecken. Aber das heißt, ich bin klug. Ich bin klug.